Der Supernova Sequence von Adidas glänzt in der Zwischensohle mit dem innovativen Boost-Schaum. Ich freue mich, dir ein bisschen mehr über den Schuh erzählen zu dürfen. Beginnen wir doch mit dem Obermaterial. Das Engineered Mesh ist nicht nur für die Atmungsaktivität zuständig. Es trägt auch zur tollen Passform und zum angenehmen Komfort bei. Zusätzliche Synthetic Overlays geben zusammen mit der Mittelfußkonstruktion und der Fersenkappe sicheren Halt im Schuh. Das Highlight ist natürlich die Zwischensohlenkonstruktion. Hier kombiniert Adidas eine klassische EVA-Zwischensohle direkt unter dem Fuß mit dem innovativen Boost-Schaum. Du erlebst dadurch ein direktes und gleichzeitig komfortables Lauferlebnis. Der Stable Frame des Supernova Sequence gibt deinem Fuß Stabilität und verhindert, dass er in der Abrollbewegung zu weit nach innen einknickt. Auch das Torschen-System im Mittelfußbereich wurde an den Aufbau angepasst und unterstützt deinen Fuß in seiner natürlichen Bewegung. Für die Bodenhaftung ist die Außensohle zuständig. Sie ist mit Kontinentalgummi ausgerüstet, um bei allen Wetterbedingungen besten Grip und Traktion zu geben. Der Adidas Supernova Sequence Boost ist ein vielseitiger Trainingsschuh für alle Läufer mit der Tendenz zur Überpronation. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann komm doch in deine Runners Point Filiale oder bestell dir den Schuh hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com Mode www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com geht